Wasche, frisch! Viele liebe Grüße aus dem wunderschönen Bad Gams. Wir sind von unserem Nachbarkapelle, dem Musikverein Steins, zur Cold Water Challenge 2014 nominiert worden. Es ist eine große Freude und wir wollen unseren lieben Freunden aus Steins nicht die Freude machen, dass wir sein erjausen und ergetränkt soll. Aus diesem Grund haben wir uns heute diese Herausforderung gestellt und wir haben natürlich einige oder drei Musikkapellen, die wir jetzt auch auffordern, die wir nominieren werden, damit sie ins Rennen springen. Und wenn sie das nicht tun, dann freuen wir uns schon auf ein Jause und ein gutes Getränk. Und wer sind es? Nun, diese Kapellen, das wird unser Kapellmaster verraten. Wir haben uns das gut überlegt. Wir nehmen unsere Bezirksstadtkapelle Dr. Schlandsberg als Nummer 1. Als Nummer 2 eine befreundete Kapelle aus der Südsteiermark, und zwar dem Musikverein Kitzek. Und als Nummer 3 eine Partnerkapelle aus Niederösterreich, dem Musikverein Auff. Liebe Kollegen, wir wünschen euch viel Freude, viel Spaß bei der Cold Water Challenge und wir freuen uns darauf, dass ihr das nicht durchführt. Alles Gute und liebe Grüße aus Bad Gams. Und hoffentlich eine gute Jause für uns. Musikkapelle fertig machen zum Antreten zur Cold Water Challenge im Schritt Marsch! Musikkapelle Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018